Ginga und Herrn Kübelsbeck Ich freue mich, Martin, dass das so gut klappt und dass der Herr Thoms gekommen ist und mit uns das Ganze dann auch entsprechend in der Verteilung organisiert. Lieber Albert, lieber Herr Thoms, die Firma Ginga ist ja immer sozialverträglich eingestellt. Wir haben ja sehr viele Mitarbeiter hier aus dem Umfeld, was wir auch schätzen. Wir sind ja immer an den Kommunen, die rum um unsere kleine Firma, wie wir uns gern kennzeichnen, tätig sind. Und wir helfen gerne. Und was ist ein Ansinnen, euch auch zu helfen, wie ihr uns auch hilft, am Volkfestplatz, wie wir euch brauchen. Wir müssen zusammen, aber dann geht was vorwärts. Herzlichen Dank. Danke, danke schön für die Proberation. Danke, Herr Mayer. Die Firma Ginga ist immer bestrebt, im Umfeld soziale Zwecke was zu tun. Wir sind ja kein Unternehmen, das so stark in der Öffentlichkeit steht, weil wir sind ein Unternehmen. Aber wir haben immer unsere Belange den Kommunen und auch diesem öffentlichen Interesse. Und auch das sind sozialverträgliche Dinge. Wir wissen, dass das Thema für die Gemeinden schwierig ist, die ganzen Leute unterzubringen. Dafür sind wir gerne bereit, was zu tun. Und das war der Ansatz, warum wir das heute hier übergeben haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.